Was sind die Ursachen von stinkendem Fußgeruch? Für die meisten Menschen ist die Hauptursache für stinkenden Fußgeruch der Vorgang, bei dem sich Bakterien von Nährstoffen im menschlichen Schweiß ernähren. Die bei diesem Prozess zurückgebliebenen Abfallprodukte haben einen Geruch, den viele Menschen als unangenehm empfinden, und der Geruch kann, wenn er sich entwickelt, eine beträchtliche Zeitspanne anhalten. Es gibt viele Gründe, warum manche Menschen mehr Probleme mit dem stinkenden Fußgeruch haben als andere, aber in der Regel ist dies auf einen Feuchtigkeitsüberschuss zurückzuführen, der manchmal auf eine größere allgemeine Neigung zum Schwitzen zurückzuführen ist. Die Stile der Schuhe, die eine Person bevorzugt, sowie die Häufigkeit des Schuhwechsels und die allgemeine Hygienekompetenz können ebenfalls eine Rolle spielen. Manche Menschen neigen dazu, mehr Schweiß zu produzieren, ein Zustand, der als Hyperhidrose bezeichnet wird, und dies kann zu größeren Problemen mit Körpergeruch, einschließlich stinkendem Fußgeruch, führen. Für manche Menschen ist diese Tendenz, übermäßig zu schwitzen, besonders auf bestimmte Bereiche wie die Unterseite der Füße und der Handflächen gerichtet, und diese Personen können sogar mehr Probleme mit Fußgeruch haben als andere Betroffene. Hyperhidrose kann manchmal mit verschiedenen Medikamenten behandelt werden, und Menschen mit dieser Störung können bestimmte Anpassungen ihres Lebensstils vornehmen, um ihre Probleme zu verringern. Eine andere Sache, die bei manchen Menschen zu stinkendem Fußgeruch führen kann, ist zu viel Zeit, die das gleiche Paar Schuhe trägt. Wenn jemand ständig in denselben Schuhen schwitzt, ohne ihm Zeit zum Austrocknen zu geben, kann dies eine kumulative Wirkung haben, die zu mehr Gerüchen führt, als normalerweise auftreten würden. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die Schuhe selbst so konstruiert sind, dass sie nicht zu viel Luft zirkulieren lassen, was zu einer Umgebung führt, in der übermäßige Feuchtigkeit und mehr Bakterien gefördert werden. Um dieses Problem zu vermeiden, kaufen einige Personen mehrere Sätze von Schuhen und wechseln regelmäßig zwischen ihnen. Es gibt auch verschiedene Produkte und spezielle Heilmittel, die speziell auf den stinkenden Fußgeruch eingehen. Zum Beispiel gibt es Pulver zum Einstreuen der Schuhsohlen, um Bakterienbefall zu bekämpfen und den Schuhen einen angenehmeren Geruch zu verleihen. Einige Menschen entscheiden sich auch für Antitranspirantin und Deodorant an den Füßen, was manchmal hilfreich sein kann. Regelmäßiges Waschen der Füße ist ein weiteres mögliches Heilmittel. Außerdem werden die Füße gesalzen und Backpulver auf die Innenseiten der Schuhe gegeben, um die Ansammlung von Feuchtigkeit zu verringern. Wenn das Problem mit einem einzigen Paar Schuhen schon lange besteht, empfehlen Experten, dass es hilfreich sein kann, die Sohlen zu entfernen und sie auszutauschen.